Besondere Ehre für Hollywood-Star Daniel Craig Der ehemalige James-Bond-Darsteller wurde am Dienstag mit dem Orden St. Michael in St. George ausgezeichnet. Auch 007 wurde diese Ehre in den Romanen von Ian Fleming, von 1908 bis 1964, zuteil. Der 54-jährige Schauspieler erhielt die Auszeichnung für seinen herausragenden Beitrag in den Bereichen Film und Theater von Prinzessin Anne auf Schloss Windsor. Auf den offiziellen Social-Media-Accounts der königlichen Familie wurde ein Foto von Craig veröffentlicht, auf dem er die Ehrung entgegennimmt. Die Royals ließen es sich nicht nehmen, im Kommentar auf die Bond-Filme anzuspielen. Wir haben sie erwartet, heißt es dort, ein bekannter Satz aus den Agentenstreifen. Daniel Craig spielte James-Bond ab 2006, bevor er 2021 mit dem Film Keine Zeit zu sterben die Rolle an den Nagel hing. Vor der Veröffentlichung seines letzten Bond-Films wurde der britische Darsteller von der Royal Navy zum Ehrenkommandanten ernannt, ein weiterer Rang, den auch die Figur 007 innehat. Ebenfalls geehrt wurde am Dienstag der Filmregisseur und Produzent Paul Greengrass, der bei mehreren Hollywood-Blockbustern Regie geführt hat, darunter drei Filme der Born-Reihe. Er zeigt, dass sich die Dämpfeier der Filmbeam und das neue Direktor der Welt ist. Aber das wird das neue Video, das war die Dämpfeier der Filmregisseur und die Dämpfeier der Filmregisseur-Blockbustern. Jetzt ist es noch eine Dämpfeier, die Dämpfeier der Filmregisseur-Blockbustern, den auch die Dämpfeier der Filmregisseur-Blockbustern. Untertitelung des ZDF, 2020